Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Video auf Unboxing Satrox. Ich habe heute für euch das vierte und letzte Volume zu der Serie Senran Kagura. Ja, was ich jetzt erstmal... Ah, das sehe ich gerade hier. Kann man das nicht rausholen, was ich jetzt erstmal aus der Folie raushole. Na, will nicht. Schrecken wir es hier nochmal ein bisschen an. Aber jetzt... So. Da haben wir es. Okay, das ist ja drüben. Gut. Ja. So sieht das Ganze aus. Geht wieder 75 Minuten, das heißt drei Folgen. Ist diesmal ab 12, muss ich mir ganz schön nachschauen. Na ja, die anderen alle waren ab 16. Das heißt diesmal wird es wahrscheinlich nicht so scharf mit Fanservice gehen. Hier haben wir wieder zwei Postkarten, die diesmal keine offensichtlichen Knicke haben. Ähm, ja. Hier haben wir die letzte blaue Scheibe. Und das Wendekover zu der vierten Blu-Ray. Ja. Das war auch schon das Unboxing zum vierten und letzten Volume der Saiya Senran Kagura. Ich hoffe es hat euch gefallen und wenn ihr die anderen Unboxings noch nicht gesehen habt, habt ihr jetzt nochmal hier die Chance das Volume 1, das Volume 2 und das Volume 3 anzugucken. Und wenn ihr immer auf dem Laufenden bleiben wollt, was Lizenzen zu Anime-Sarien und Spielen und so weiter und so fort angeht, schaut auch mal auf meinem Blog vorbei. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen und hoffe ihr guckt auch mal nächstes Mal meine Videos. Bis dann. Bis dann.